Gut, der Auftakt wäre gepackt, es beginnt der erste Akt. Es dämmert der Morgen, ich geh nur... Ich pack, wird gepackt. Umspielt die Kurs von totkaltem Nebelstreit streitig und unreiner Stimmung umher. Ja, es ist kühl und ich fühle mich nicht wohltemperiert. Sowas passiert, ich wollte gestern auf die Pauke hauen und war auf einer Party-Tour. Und jetzt habe ich halbiges Ohr im Gesicht, eine Bässe und Bässe, im Bauch spiele ich auch. Und genau wie es gibt es an von Wagner. Mama? 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 Mutter? Mutter? Papa? Vater? So habe ich im Wortlauch reagiert, als ich meine Eltern das erste Mal beim Sex erwischt habe. Aber dann dachte ich mir, sollen sie doch? Zum Glück wird man als Kind selten eifersüchtig, wenn die Eltern miteinander schlafen. Weil man weiß, das veränderte nichts zwischen uns. Was daran liegt, dass Mütter ihre Liebe objektiv gesehen sehr ungerecht verteilen. Vor allem ein sabberndes, stinkendes, ungefühlen Segen. Ich schaue in die Ferne, dort oben am Horizont, dort, wo ich so gerne wäre, doch irgendwie fühle ich mich so genommen. Ich stehe hier, verwurzelt mit meinen Füßen tief in der Erde und ich wäre so gerne in der Ferne. Dort, wo der Mond blieb, dort, wo der Mond blieb, dort, wo er den Schraden schickt zu uns, dort, wo ich geboren bin, dort, mein Mann im Mond, da wäre ich gerne im vollen, vollen Mond. Doch stattdessen, ich segelte er sich auf Wasseroberfläche, neben meiner Ohna. Und da bin ich so gerne, da bat ich drin und sie wieder voll und sie umschlimmt um mich. Und ich fühle mich im Ohr, in einer Waschmaschine trocklen und es schleudert mich und mein Hirn und alle meine Gedanken. Und ich fühle mich im Ohr, in einer Waschmaschine. Wir sind 7,5 Milliarden, leben auf Bären, angestarrt, an Hütten, die unser Leben tragen, an guten und auch schlechten Tagen. Ja, wir haben uns so viel zu sagen, manchmal euphorisch, manchmal klagend. Ich will dem Leben oftmals blöde Fragen, die können ihm die Antworten nur selten ertragen. Ja, wir haben uns so viel zu sagen. 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 war durch und durch gut. Sie war meine Oma, doch nicht irgendeine. Sie war die beste Weitere und Preise. Mein seltenes Geschenk und damit meine, ich zu Mensch gewordene Geborgenheit. Ich sehe sie noch vor mir, in der Kittelstürze, wie sie pünktlich um zwölbe den Eintopf serviert. In der Mitte des Tisches, die Maggi-Würze, das Tisch durchgewachsen und natürlich kapiert. In der Mitte des Nachts, die wurden in Zulettia, die reine Glammer-Gammer-Würze, ich teigere sie hier. Eins, wo? Heißer Sommer, Eis vom Löwenpick, schneller als der Löwenpick, für das, wo die Konzerne sagt, er würde die Welt erwehren. Wie viele müssen es leben? So viele sind Bären. Wie viele in Afrika gibt es den Nessenschlechten? Nicht nur auf Wasser können wir die Menschen erfrichten. Ich wollte es über die Tiere in jedem Mittel, aber wir haben uns dann aufsichtige Wittermittel. Und alle sind, die Menschen erfrichten. Well, that's really nice. I like that album. So, this is a song about love and loss, about a boy that goes away, and about a grandson that comes home. So that young man, he went so long ago, and he went over the ocean, many miles away. Too many years to shed those tears about their young soldier. But he had become a man from the letters and pictures that they sent over. Louis Armstrong was on top. His trumpet, boo, jazz, that was hot. Just listen to him on summertime. His trumpet is moody, but refined. And with a voice like gravel, he sounded weary, but well-traveled. But in the instruments of some young men, pop jazz was their dead end. So they lowered the temperature by degrees until the ice bugs started to freeze. Before cool jazz could retool, it was joined by the birth of the cool. Meet me at Birdland, and later we'll go to Bob City. Thank you. And then we'll go to Bob City. 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 Vielen Dank.